Okay, nur ein Baron. Ich hoffe, er hat aufgehört zu schießen. Boah, leck die Shit. Gott, Jungs und Men. Warte, hallo, was denn? Vorbild. Vorbild nicht gemacht. Einmal frei gelöst. Voll, hier haben wir immer 16 schon. Ihr merkt euch, ich bin hier der... Profi-Sniperer. Aber das passt schon. Ich werde nicht für Snipern bezahlen. Maximales Tempo. Energie kritisch. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Da bin ich jetzt überhaupt richtig. Dann da jetzt geradeaus einfach. Hier lang und dann da. Ja, das sieht... Sieht gut aus. Ich würde sagen, let's catch this car. Push one, for the next seat. Und dann geht's jetzt mal hier... Oh fuck. Abwärts. Ja. Das hat... Einwandfrei geklappt. Einwandfrei. Okay. Jetzt würde ich vielleicht gleich wieder die nächste Patrouille warten. Aha. Oh, da gibt's. Äh... Super, danke. Danke EA. So, Feuer. Oh Gott, oh Gott. Jetzt wollte ich gerade mal ein Review passieren lassen. so erledigt hatten und was passiert ist. Aber... scheinbar... Wollen die das hier nicht so. Stirb. Und stirb und stirb. dann noch mal ein Glöck. Das sind jetzt nicht gerade das beste Beispiel für... leises Vordringen. Das ist ja nicht so. Sehen wir nochmal unser Glöck. Aber das ist ja nicht so. Glück werden wir brauchen alles voll sag mal was macht denn der? Wo rennt denn der rum? Ah Bleib stehen Ka-wum-boom-hedge Ich kann ihn nicht ziehen Der kommt eh gleich wieder von hinten Bis jetzt immer Bis jetzt Wie es bis jetzt immer war Boah Scheiße Bum 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 Hallo Abwissieren Und neu anwissieren Ist das jemand oder? Ach super leck Und Feuer Und Feuer Explosion Uiuiuiuiui Schön Gut gemacht Gut gemacht Gut er hat gut getroffen und nicht schlecht So Dann brauchen wir jetzt wieder ein wenig C4 Oder Sollen wir das so machen Ich suche erstmal C4 Ich fahr euch hier jetzt irgendwas Okay Okay Maximale Stärke Zentrale hier Wolsche 16 sind im Anflug Abwurf über Sektor 2 Over Moment im Hafen steht noch ein Artilleriegeschütz Schalt es aus damit wir Luftunterstützung anfordern können Wo kommen denn jetzt die ganze Boote her? Das ganze Spiel Hier sieht man nichts von denen Ich hoffe mal dass jetzt kein Heli oder Sowas kommt Ich hoffe mal dass jetzt kein Wo Super Das da Und 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 Wie Wie Vielleicht ist das ja verstehen Ah das ist so Sprengkapel Chaos MW3 Schön Spielzeug Aber ich würde jetzt nicht weiter langweilen Was ist das? Was ist das? Es gibt es noch? Ich dachte es gibt es zwei Ach ne das hat er ja gerade gesagt Es gibt es drei Flugabwehr Dinge Die gehen jetzt aber zu mir oder? Ja da Okay Ich kann jetzt das Und hier kann natürlich auch schwimmen Schauen wir uns schnell ausdenken da was schneller Hier drüber schwimmen Hier drüber schwimmen Hier drüber schwimmen Mann ich denke mal hier so macht es keiner Schwimmer Sind doch Sportlich und heute abend real schauen champions league viertelfinale oder investiert euch nicht so fußball könnt ihr mal eure meinungen dazu in die kommentare schreiben wenn ihr lust habt auch gott jetzt wurde aber das ist unwichtig glaube ich gehen wir direkt maximale panzerung also ich denke real macht heute klar das ding ich glaube jetzt nicht dass da die mannschaft aus zypern weiß nicht wie sie genau heißt noch was da ist also dass da die große überraschung passiert ja glaube ich daran als real zurzeit stark was halt ihr von fußball allgemein oder champions league und dem ganzen könne er mir wissen lassen maximale stärke aber zuerst so habe ich den gerade in seiner mittags brause gestürmt ich kann ihn sehen kritisch das ist jetzt so praktisch jetzt kommt die alle hierher und ich kann alle nacheinander weg da dann ich bin voll der camper aber so wie ich kreises einschätzt kommen jetzt hier wieder zick leute wenn ich jetzt einfach laufen würde ich gleich wieder geliefert warten 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 und ich bin finden sich dahinter maximale stärke